Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Hallo zusammen. Schön, dass ihr unseren Kanal wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich. Also, die heißen Tage fangen wieder an, aber wir sind für euch im Europapark. Neuste Videos. Schaut es euch an. Tschüss. Schaut es euch an. Schauen es euch an. Ich bin Prof. Nikolaus. Sie müssen wissen und hat meiner Wenigkeit bewiesen, dass die euren streiten Ersten waren, die mit einem Steuerwagen und Gerät beflogen sind. Denn vor Naturschweiten. Ein, zwei, drei, drei. Vielleicht stürmen Sie wie damals die Eulensteine auch einen Mann mit der Strecke aneinander. Aber damit Sie auch sicher wieder landen, werde ich Sie nun gemeinsam mit meiner Freizeitministerin Jessica mit unseren Sicherheitsvorkehrungen draufmachen und bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Wir möchten Sie bitte, Ihr Handgedeck zu verstauen. Um den Einsteigevorgang zu beschleunigen, gehen Sie bitte bis zum letzten freien Platz in Ihrer Reihe durch. Bitte beachten Sie, dass das Filmen an Bord des Volatius II strengstens erbaut. So schließen Sie Ihren Sicherheitsvorkehrungen. Falls Sie kleiner sind als die Markierung hinter Ihnen, ziehen Sie bitte den Wurt durch die Schleife. Schließlich ziehen Sie noch an der hinten Lasche, damit unser charmantes Kabinentersonal sieht, dass Ihr Sicherheitsvorkehr geschlossen ist. So, jetzt sind Sie bereit loszufliegen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt an Bord und eine atemberaubende Reihe vor. Es leben die Eulensteins! Kinder und Chefresort Kinder behaviour Kinder Houli Kinder Kinder Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020